Viele fragen immer, ist WordPress tatsächlich sicher? Da kann ich einfach nur sagen, kein System ist sicher, egal wo ihr eure Webseite habt, egal mit welchem System ihr arbeitet. Ihr könnt eure Webseite auch einfach nur schnöde mit HTML, CSS, JavaScript, PHP runterschreiben. Es spielt keine Rolle. Kein System auf dieser Welt ist sicher. Deswegen sage ich allen meinen Kunden oder ich rate allen meinen Kunden, nutzt sichere Passwörter. Speichert eure Passwörter nicht im Browser. Ihr könnt Systeme wie LastPass nutzen oder wie sie nicht alle heißen. Da gibt es ja ganz viele Passwort-Management-Systeme, die wirklich gut sind. Und man hat eben auch alles gesichert, aber man gibt seine Passwörter natürlich auch wieder aus der Hand. Das ist auch nicht zu hundertprozentig sicher. Wirklich zu hundertprozentig sicher ist es nur, wenn ihr alle eure Passwörter im Kopf habt. Und das ist wahrscheinlich, manche Menschen können das, ich kann es nicht, ich nutze auch LastPass. Man sollte wirklich sichere Passwörter benutzen. Das bedeutet nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch der Nutzer sollte nicht Admin sein und man sollte einfach seine Webseite so gut wie möglich absichern. Das heißt, nicht jede Spam-Mail öffnen, nicht einfach auf irgendwelchen anderen Rechnern, die gar nicht einem selber gehören, sich auf seine WordPress-Seite anmelden und dann auch vielleicht noch angemeldet bleiben. Oder das Passwort im schlimmsten Fall dort sichern. Wenn ich irgendwo in der Bibliothek bin und ich muss unbedingt auf meine Webseite zugreifen, weil ich eben einen Blogpost bearbeiten muss. Klar, meldet euch an und alles, aber löscht danach den Cash, meldet euch ab. Das ist die größte Sicherheit, die man bieten kann. Dann gibt es natürlich noch die Sache mit einem weiteren Passwortschutz, dass ich da gar nicht direkt auf die Seite draufkomme, sondern dass ich wirklich immer sage, okay, ich rufe die Seite auf, ich möchte in den Admin-Bereich gehen von WordPress, um eben meine Seite zu bearbeiten, um neue Blogposts zu erstellen, um neue Seiten zu erstellen, was auch immer ihr tun möchtet. Ihr müsst euch einfach dafür anmelden. Und das ist dann eine kleine Zwei-Faktor-Authentifizierung, kann man so sagen. Werde ich in die Videobeschreibung mit reinpacken. Das muss ich jetzt nicht erklären, das ist Quatsch, weil das wird wahrscheinlich sowieso keiner verstehen. Und genau, guckt einfach in die Videobeschreibung, da steht es drin, was ich damit genau meine. Es ist eben eine kleine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ihr so nutzen könnt und eigentlich auch nutzen solltet. Da WordPress einfach ein sehr, sehr weit verbreitetes CMS-System ist, müsst ihr einfach grundsätzlich darauf achten, eure Seite sicher zu halten. Das heißt, immer die neuesten Updates installieren, nicht nur von WordPress. Sondern natürlich auch von einem Template und von den Plugins. Wenn Plugins und Templates mal nicht mehr komplett kompatibel sind mit dem aktuellsten WordPress, wird es schwierig. Das ist klar. Und man stellt dann nicht einfach sein komplettes Design um, weil der Entwickler das jetzt einfach nicht macht, nicht updatet. Es ist scheiße. Deswegen meine Empfehlung, nutzt einfach bezahlte Templates. Dann seid ihr für zwei bis drei Jahre, meist sogar länger. Es gibt wirklich Template-Entwickler, die über Jahre hinweg ihre Templates immer wieder erweitert haben, um wahnsinnig viele Möglichkeiten der Anpassung. Das ist saugeil. Und das solltet ihr einfach in Betracht ziehen. Da einfach ein bisschen Geld zu investieren. Und ja, einfach auf der sicheren Seite bleiben. Das kann ich jedem nur raten. Das ist das Wichtigste. Wenn, wie in einem anderen Teil schon erwähnt, wenn eure Seite nicht mehr geht, ist eure Marke im Eimer. Die Leute finden euch nicht mehr. Die Leute denken, ihr seid unseriös. Das muss einfach nicht sein. Man kann das in Geld investieren, um die Seite sicher zu halten. Bis zum nächsten Mal.